Mir ist der freie Hochschulzugang sehr wichtig. Wir haben die Zentralmatura, die ohne dies den Schülerinnen und Schülern sehr, sehr viel abverlangt. Wenn jetzt mit weiteren Knockouts-Prüfungen auch noch zugehende Studentinnen und Studenten vom Studieren abgehalten wird, dann ist das nicht mehr nachvollziehbar. In Wirklichkeit brauchen wir nicht weniger Akademikerinnen, sondern mehr. Und ich freue mich, wenn junge Menschen studieren wollen und halte das für einen wichtigen Beitrag. Und es ist nicht mein Ziel, das zu verhindern.